ich zeige euch gestern vor in der alte edition jota manche arbeiter durch letztes aufgehört haben mit akt 3 kapitel 3 koalitionsfragte würde ich sagen attacke so letztes mal hat er der deltatroop der waren ja quer durch die emulsionsfabrik unterwegs um hat den karrenkontrollraum zu erreichen so jetzt sind sie halt da und dann geht es halt weiter in richtung emulsionsmühle so munition ist voll ein ganzes brett mitgenommen ihr stinker nehmt bitte eure eigene karre ich werde auf keinen fall neben euch stehen was bringen wir jetzt endlich hinter uns genau bert und kohl waren ja halt in der kanadisation unterwegs und haben ein schön haben hatten speziell gefühlt drauf so hier nämlich da unten liegt da die kormarke hat die kann man sehr schnell übersehen hat man geht direkt die treppen und dann war es dann schon so dann würde ich mal sagen ab in den karten ja auf geht's wuuh zentrale wir fahren in richtung ofen wagen um lenken anja wir fahren direkt ins feuer umlenken egal wohin schnell Der Nächste! Der Nächste! Oh, ja! Oh, ja! Seid ihr okay? Me too! Ja, Baby! Der Zug ist wieder in der Spur! Ha, Kohl hat Spaß! Hier kann man ganz gut gucken. Hier? Der Dom da einfach steht. Ob nix wäre. Ich nehmt Attacke! Bereit zum Schuss! Wir haben eine Farbe. Weiter. Was macht der hier? Was macht der hier? Da kannst du sonst wollen! Hehehehe! Scheiße! Oh, hat Spaß gemacht! Zentrale, hier Delta. Hörst du mich? Ich höre! Ihr seid fast da! Die Bohrplattformen liegen vor euch im Kernraum. Ja! Habt ihr gehört? Ja! Dann mal los! Was? So, Munition nehmen. Dann brauche ich ja keine. Knopf drücken. Weiter geht's. Okay. Rechte es aus. Vorsicht! So. Und weiter. Schöne! Was? Ich habe jetzt noch mal los. Oh ja! Schönes Durcheinander hier! Schönes Durcheinander hier! Oh, Munition nehmen. Auf geht's. Okay, das war's. Oh, Munition nehmen. So, dann geht's jetzt nicht. Was geht's hier weiter? Eine Male weniger! Das war's! Ja, das war's! Oh, das war's! Zentrale hier Delta, sind jetzt im Kernraum. Stand by Delta, ich hebe die Plattformen an. Okay, die Plattformen sind alle oben. Kacke es mal ab. Menschling, Zielkönigin. Hörst du mal's weg? Nachladen! Der Nächste! War lustig. Muss mich bei Anja bedanken. Jeder auf seiner Plattform. Und weiter geht's. Nachbärt. Zentrale hier Delta, sind auf den Bohrplattformen. Verstanden. Ich fahre die Plattformen herunter. In der Mine müsst ihr die Pumpstation finden und den Resonator anbringen. Bis es hell wird, müsst ihr fertig sein. Wie Krill wiederkommen, solltet ihr weg sein. Es geht los, Baby! Verdammt! Stinkt das hier? Hier ist überall Krill-Scheiße. Das reicht. Lass uns das hinter uns bringen, bevor die Krill-Scheiße sind. Hört sich gut an. Hört sich gut an. So, dann würde ich mal sagen... Die sind für mich. Ja, dann würde ich halt mal sagen, war's das auch wieder fürs Erste. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag noch. Bis bald und tschüss! Bis bald. Bis bald. Bis bald.